Herzlich willkommen zu den How-To-Videos der Deutschen Flugsicherung. Hier sprechen wir über verschiedene Themen rund um den Umgang mit FIS. In diesem Video geht es um Ihren Draht zu uns, die E-Mail-Adresse wfa.dfs.de. wfa.dfs.de ist die Kontaktadresse der Deutschen Flugsicherung für alle Themen, die allgemeine Luftfahrt betreffen. Ob Sie Ballon fahren, Ultraleicht, Delta-Eco oder Höherklassik fliegen, Fläche oder Rotor, diese Adresse ist Ihr Kontakt zur DFS. Über diese Adresse laufen alle Anfragen bei der Flugsicherung ein und werden an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Sie können wfa.dfs.de anschreiben, wenn Sie in Post-Corona-Zeiten Termine für Vorträge von unseren Mitarbeitern bei Ihnen vor Ort im Verein erfragen möchten. Oder Sie möchten selbst die heiligen Hallen der Deutschen Flugsicherung besuchen. Die FIS-Spezialisten haben Sie bei einem Flug besonders gut unterstützt oder es hat Ihnen etwas nicht gefallen. Ihr Feedback wird weitergeleitet und kommt in unserem Betriebsraum an. Oder Sie haben Fragen zu neuen Verfahren oder möchten Feedback geben, Anregungen zu Verbesserungen. Auch hier ist vfa.dfs.de die Adresse der Wahl, um mit der DFS in Kontakt zu treten. Die Bandbreite unserer Kundschaft ist groß. Von Segelflug über Motorsportfliegerei bis zu Einsatzflügen von Polizei- und Rettungsflugstaffeln, zum Beispiel Search and Rescue, sowie militärischen Einsätzen. Genauso breit gefächert sind auch die Anfragen, die uns erreichen. Unsere Kolleginnen sind ihre kompetenten Ansprechpartner für Fragen rund um die Themen der Sichtfliegerei. Weitere hilfreiche Videos und Tipps zur Flugdurchführung mit FIS finden Sie auf diesem Kanal. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund!